Arbeit, Konsum, Verbrauch, Produktion und noch mehr Arbeit. Ein verteufelter Kreis. In dieser Welt wird zu viel gearbeitet. Und die Überzeugung, Arbeit sei eine Tugend, richtet ungeheures Verderben an. Ich... Ich... Ich gehe lieber zum Amt und stelle einen Antrag. Morgen mache ich das. Ja, ja. Morgen. Oder über, übermorgen. Oder über, 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 über. Bis es eines Tages zu spät ist. Ich will lieber nicht wiederholen, was der Arzt letztes Mal über mein Herz sagte. Ich hätte nur noch acht Monate zu leben. Wovon denn? Hab ich ihn gefragt. Am besten, ich würde gleich von der Brücke springen. Ich würde mal mit dem ZDF-Best merken. Ich hatte ein Pfeil. Ich hatte nicht eine Stimme. Auch die ZDF-Best.